WM 2018. Die Mannschaft kämpft bis zur letzten Sekunde. Als offizieller DFB-Partner sorgt Mercedes-Benz mit der Best-Never-Rest-Kampagne für die richtige Stimmung. Nie waren Teamgeist und Rückhalt so gefragt wie in diesem Turnier. Darum aktivierten wir die Fans mit einem absoluten Wow-Effekt am heimischen Briefkasten. Die einzigartige Print-Umsetzung machte mehr als 36.000 Abonnenten des Elfreunde Magazins zu einem Teil der Mannschaft. Mit personalisierten Umschlägen wurden sie zu Titelhelden erklärt und von Mercedes-Benz in die Kampagne eingebunden. Das Social Media Echo war gewaltig. Begeisterte Abonnenten posteten ihre Cover und belegten den Elfreunde Hashtag auf Instagram zeitweise vollständig mit ihren Motiven. Best-Never-Rest.